Jolo Freunde Makalo ist wieder am Start und heute ist eigentlich Call of Duty Black Ops 3 rausgekommen und natürlich haben wir das gleiche am Start an der PS4 und wir zocken einfach mal eine Runde mehr Spieler frei für alle und jo da geht es einfach mal los nicht einfach mal eine Runde spielen wir auf jeden Fall und die Grafik ist echt ziemlich gut ja das finde ich auch richtig krass und jo mal gucken wer jetzt gewinnt wir haben ja auch schon B.O. 2 und Ghost oder Trance gespielt genau und ja jetzt folgt Black Ops 3 sehr cool jo und das erste Video hier Evo Call of Duty Black Ops 3 wir sind Typen mit Stromschocker das Laden immer Leute frei für alle und mal gucken was ich hier für eine ordentliche Waffe habe was sagst du Rotpunkt Ziel? rot ne ich hab mal was anderes aufgekloppt ok ich hab ja irgend so ein rundes Ziel genommen ich bin unten und jo der Gast da war doch schon mal der erste Gegner ok hier kann ich gar nicht rein so was ist da los ich hab ja hier kann ich irgendwie rein aber nein kann ich nicht die Waffe ist diesmal nicht so stark wir hatten vorhin die Acker 47 ok so kann man fliegen jo und das coole ist boah da ist schon wieder der nächste ich glaube da hat mich jemand von hinten ab ich weiß ey hier sind gar keine Gegner oder? doch doch ey jetzt wollte ich erstmal gleich mal gekillt nein soo Mensch hier alles ok rutschen ey ich komm ja jetzt grad gar nicht klar mit schon weiß weiten Ziel hier die Karten sind manchmal ziemlich klein und manchmal ziemlich groß vorhin die war etwas kleiner aber die ist schon etwas größer ach so das ist so ne Waffe okay die ist nicht grad mein Fall aber ja bleib mal weg doch Mensch die Waffe ist diesmal nichts für mich da war die Acker 47 viel besser naja ich hab das so ne Eisenschusswaffe genommen hier da hast ja noch tiefer ins Klo gegriffen Mensch ich guck mal hier was der jahrt oh der wurde mal angeschossen aber wahrscheinlich jetzt ein Snipmer die verfolgen wir mal gleich hier jo ok kann ich nicht hin hey hey ok jetzt jetzt wurde ich wieder getötet boah und dann von der Seite so wir haben schon mal 7 Kills ok der war glaube ich nicht von mir gezippt aber egal nicht der beste wir sind zweiter Platz ich komm hier gar nicht rein aber naja oh hier gehts runter da dürfen wir aber wer schießt denn da schon wieder ey so den haben erwischt ja diese Waffe komm ich diesmal ist doch klar komm die jetzt erwischt oder was boah der unter Ende jeden was da los oh nein Ok ich hab ein Drohne grad aktiviert So ich hab schon 3,4 Drohnen freigeschalten Oh was schießt denn da schon mit Oh nein Mist Oh ich fällten grad abgeschossen aber egal Was haben wir denn noch hier in den Taschen Ja Boah da ist auch schon der nächste Ey wo bist du? Ich bleib mal lobby hier drinnen Oh nein Oh Sniper Na wir waren schon angeschlagen wir haben 15 Kills Wir sind auf Platz 1 Ich hab jetzt noch diese Au Mist So dann Boah Sniper Der verfolgt mich schon oder? Der rennt an mir vorbei Die Waffe ist nicht grad so mein Fall also ja Ich messer hier mehr als ich mit der Waffe Leute kill Wieso ist die Waffe nix für dich oder was? Doch doch aber Diesmal ist es hier mit dem Messer irgendwie Komm ich da besser klar Oh der Ghost und so und ey das war mega nischt Auf hier ist es schnell Ziehst du schnell ins Messer Ey wollte ich den töten dann kommst du so ein Schrot mal finden Ich musste grad nachladen ja dann wird das nix Da da ist einer Boah Sniper überall hier Ich muss hier eine andere Waffe nehmen Und mal die hier Ich hab mir den Oh was musst du hier mein Volk Oh noch einer Mensch wir sprain hier Ok was bringt das hier das Fenster? Ich weiß es nicht aber Egal Was haben wir noch an der Tasche nach einer kleinen Hand Oh ne Oh und dann messern die hier hinten von uns Die Frau da ey das war eine Frau Ja, hab ich auch gehört, hab sie erledigt irgendwie. Ey, ne Schrot, da macht er mich viel. Wir sind doch auf dem ersten. Oh, wir schaffen 30 kills, weil die ersten sind so gekommen. Das war da ja gar nichts, das war so ein Stein, ey. Nein, nicht runterfallen. Okay, jetzt weiter. Pulverisiert. Okay, wir fallen über die Fenster kaputt, aber naja. Na, der hat uns dann bekommen, weil wir schon ziemlich angeschlagen waren. Ich bin noch auf dem ersten. Oh, Mist. Okay, jetzt habe ich die andere Waffe, ich weiß nicht, was es für eine ist, aber ich hoffe mal, sie ist besser als die, die ich gerade eben hatte. Boah, Mensch, was ist denn mit dem? Okay, es ist schon ein Maschinenwehr, aber... So werden wir nicht nachschossen. 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 Okay. auch noch zwei hier ist ja keiner hier da ist auch ein bisschen erster nein nächste kam mit 25 24 wo bist du ich glaube da bin ich gar nicht um bei den besten 3 ich hätte erst diese einzelne Schuss Waffe dort kam der letzte Kill mir nicht so gefallen und dann habe ich einfach mal die Waffe getauscht mit der war ich irgendwie besser aber dann hatte ich jetzt keine Gegner mehr weil es dann schon sehr spät war das war's von uns ich bin erster gewesen und ich weiß gar nicht was du jetzt wo du hier auch vierter oder fünf Jahre alt und aber bist du da irgendwie nicht irgendwo in die zweite okay okay ich bin zweiter mehr bis zweiter mehr und okay okay das war's von uns wenn er noch ein Video sehen wollt abonniert uns genau abonniert uns lassen da um da das war's von uns tschüss tschüss